Hi, ich bin Max, 28 Jahre, begleite seit sieben Jahren ein Ehrenamt als erster Vorsitzender eines Fußballvereins. Konnte in den sieben Jahren meine Leidenschaft entwickeln durch den Fußball und durch das Ehrenamt. Habe mich selbst durch das Ehrenamt entwickeln können, konnte mich einbringen, konnte mich auch ausprobieren. Habe gelernt, wie ist es denn, Verantwortung zu tragen, wie ist es auch, Methodiken anzuwenden, die man vielleicht woanders lernt, ob es in der Ausbildung ist oder auch im Studium. Habe letztendlich mein kleines Baby entwickeln können, dass ich jetzt sehe, wie es aufwächst und genieße jeden Tag, bis Ehrenamt ist. Auch ihr könnt den Fußball besser machen. Alle Infos zum Ehrenamt. Tickt jetzt energy.de slash berlin.